Jetzt ist also da der V-Day, der Vaccine-Day, der Impfstofftag, wie die Angelsachsen das bezeichnen. Heute sind die ersten Menschen geimpft worden. Ein gigantisches Experiment am lebenden Objekt kann also beginnen. Wir wissen ja, dass normalerweise Zulassungsverfahren für solche Impfstoffe mindestens fünf Jahre dauern. Aber man hat sich entschieden, das Ganze schnell durchzuwägen, weil man sich sagt, okay, das Problem ist so gravierend. Da gehen wir dieses Risiko einfach mal ein und bezeichnenderweise ist der zweite Mensch, der geimpft wurde, dieser junge Mann hier, der heißt William Shakespeare. Und wir hoffen, dass das Ganze sich nicht zu einem shakespearschen Drama entwickelt, denn die FDA hat heute ja gesagt, okay, wir haben die Daten von Pfizer-BioNTech bekommen. Und wir haben da gesehen, dass von den gesamten Probanden sind sechs verstorben. Das heißt also im Klartext, keiner der Probanden hatte ja Corona, als dieser Impfstoff ihnen verabreicht wurde. Der Hälfte davon, die andere Hälfte hat ein Placebo bekommen. Jetzt sind also insgesamt sechs Leute verstorben und zwei davon hatten eben den Impfstoff bekommen, vier hatten das Placebo bekommen. Das heißt, zwei Menschen sind verstorben, die letztendlich mit dem Impfstoff geimpft waren. Das bedeutet erstens, dass die dann trotzdem Corona bekommen haben und zweitens, dass sie daran verstorben sind. Aber man denkt sich wohl, ist ein bisschen wenig, ist eine sehr, sehr kleine Größe. Das müssen wir riskieren. Das ist eben eine Abwägungsfrage. Und es ist auf jeden Fall schon ein riskanter Ritt, möchte ich sagen, der hier passiert. Und wir haben ja heute diese Meldung gehabt, dass Pfizer mitgeteilt hat, ja, das sind nur Impfungen, die jetzt für 50 Millionen Amerikaner erreichen. Die Futures deswegen heute Morgen noch negativ. Man hat dann ein bisschen gedreht. Die Aktienmärkte mehr oder weniger unverändert. Der DAX dümpelt weiter vor sich hin. Jedenfalls sehen wir, dass Scott Gottlieb, der ehemalige FDA-Chef, also der Behörde, die letztendlich hier die Verantwortung übernimmt, er allerdings als Ex-Chef jetzt nicht mehr im Amt. Aber er sitzt im Direktorium von Pfizer und hat nochmal bestätigt, ja, wir haben damals der US-Regierung angeboten, dass wir hier auch durchaus mehr Impfstoffdosen reservieren könnte, wenn der Impfstoff denn auf den Markt kommt. Aber das hat die Regierung in den USA abgelehnt. Mit anderen Worten, das hat die Trump-Administration abgelehnt. Und wir haben neue Meldungen jetzt von Sinovac, ein asiatischer Impfstoff. Hier haben wir 97 Prozent Effizienz, wie man hier sagt. Jedenfalls dann auch die Meldung von AstraZeneca Oxford, Oxford University und AstraZeneca. Hier hat man nur eine Effizienz von 70,4 Prozent, einmal glaube ich 90 Prozent, einmal 62 Prozent, im Durchschnitt 70,4 Prozent, also deutlich geringer. Das ist natürlich ein kleines Problem. AstraZeneca hatte ja das Problem und die Oxford University, dass man zwischenzeitlich diese ganze Geschichte mal abbrechen musste, weil ein Patient ernsthafte Schwierigkeiten hatte. Jedenfalls ist das Problem dieser AstraZeneca-Studie, dass kein Mensch über 55 unter den Probanden war. Das heißt, man kann keine Aussage treffen, wie diese ganze Geschichte bei älteren Menschen wirkt, eben in der Risikogruppe wirkt. Das ist das große Thema. Das andere große Thema war heute Tesla. Die Aktie von Tesla vorbörslich knapp bei 670 Dollar. Dann plötzlich die Meldung, naja, wir werden ein bisschen eine Kapitalerhöhung machen, werden 5 Milliarden Dollar nochmal aufnehmen, indem wir neue Aktien hier bringen. Und in manchen Kommentaren unter meinen YouTube-Videos wurde dann gesagt, ja, der Fugmann hat ja schon immer von Tesla gewarnt und jetzt ist die so hoch gestiegen. Ich hätte vermutlich auch in der Tulpenzwiebelblase vor Tulpenzwiebeln gewarnt, auch wenn Tulpenzwiebeln dann im Wert wertvoller geworden sind, weil, wie die Amerikaner sagen, ein greater fool immer bereit ist, einem anderen Fool das Ganze abzukaufen. Also es ist praktisch ein Ponzi-Schema, das eben immer mehr Leute reinzieht und wir sehen hier mal diesen gesunden Kursanstieg der Tesla-Aktie und die ganze Geschichte ja jetzt bei 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Tesla hat einen Umsatz von 28 Milliarden und hat eine Profitmarge von 1,97 Prozent, dadurch, dass man diese Umweltzertifikate, diese CO2-Zertifikate verkauft, sonst wäre man nicht wirklich profitabel. Und es ist schlichtweg so, dass das nicht nachhaltig ist, da müsste diese Firma schon eine gigantische Zukunft haben, die ganzen Markt aufrollen, da dürfte kein anderer Konkurrent im Grunde mehr bleiben. Und apropos Konkurrent, ich hatte diese Grafik schon gezeigt, da haben wir eben eine Marktkapitalisierung von Tesla, die höher ist als Volkswagen, Audi, Daimler, GM, BMW, Ferrari, Honda, Ford, Fiat, Chrysler, Peugeot, Porsche zusammen. Und das ist nach meiner Auffassung nicht nachhaltig. Ich glaube nach wie vor, es ist eine absolute Blase, die hier stattfindet und die Zeit wird zeigen, ob die ganze Geschichte gerechtfertigt ist. Warum warne ich vor Blasen oder warum sage ich, das ist eine Blase, weil viele Leute zwar Geld verdienen in einer solchen Blase, eben weil Greater Foods bereit sind, noch höhere Preise zu bezahlen. Aber die Erfahrung zeigt eben auch, dass wenn dann diese Blasen platzen, dann der Schaden enorm ist und sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verlieren. Das ist doch das Problem dabei. Hier unten sieht man übrigens nochmal die Zulassungszahlen aus Europa. Hier Tesla jetzt nicht unter den ersten 10 gewesen. Das heißt, andere kommen da durchaus auch vorbei. Und interessant ist, dass Goldman Sachs vor vier Tagen erst eine Kaufempfehlung gegeben hat für Tesla. Und die ausführende Bank dieser Kapitalerhöhung ist wer? Goldman Sachs? Richtig, also vor vier Tagen hat man noch das Kursziel angehoben und zum Kauf empfohlen. Ein Schelm, wer böse ist, dabei denkt. Man kann vermuten, dass natürlich Goldman Sachs damals schon wusste vor vier Tagen, dass da eine Kapitalerhöhung kommt. Und sei es drum, Tesla ist ja einer der Aktien, die von den Options-Tradern geliebt wird. Wir sehen hier diese, wie es die Bank of America sagt, Call-Buying-Francy. Also diese extreme Euphorie bei den Call-Optionen, die sich hier abzeichnet. Höchster Stand jetzt seit der Dotcom-Blase. Das ist ja genau der Punkt in Aktien wie Tesla, NIO, Palantir, wie sie alle heißen, diese Lieblinge. Da werden massive Volumina reingeschüttet an Calls, werden gekauft. Dadurch, dass die Broker nicht genug Verkäufer von Call-Optionen gleichzeitig haben, müssen sie mitgehen, müssen ihr Risiko abdecken. Denn ein Broker versucht immer die ganze Geschichte in der Waage zu halten. Gleich viele Long-Positionen auf der einen Seite, gleich viele Short-Positionen auf der anderen Seite. Heißt für den Broker kein Risiko, weil das gleicht sich ja aus. Wenn er allerdings einen starken Überhang auf der Call-Seite hat, also viel mehr Calls hatte, dann muss er das irgendwie absichern. Das macht er bei einem Index über den Future und bei einem Call auf eine Aktie wie Tesla zum Beispiel, muss er dann physisch eben die Aktie kaufen. Und so erklären sich manche Fahnen-Stangen-Charts wie eben der von Tesla. Insgesamt sehen wir, dass es die Small-Traders sind, die diese Optionen kaufen, nicht die größeren Player. Ja, hier eine Grafik von Lissondas. Hier sehen wir Orange, wenn Sie das erkennen können. Buff, dieser Pfeil nach oben, das sind die Small-Traders, die also weniger als 10 Optionen kaufen. Diese blaue Linie sind die größeren Options-Trader. Bei denen ist das gar nicht so gestiegen. Und man sieht am Markt auch die Konsequenzen. Wir sehen hier zum Beispiel die Retail-Favorites, also die Lieblinge der privaten Trader, dieser Robin Hooder. Und hier sehen wir, diese Aktien entwickeln sich deutlich besser als der S&P 500. Das ist ein Riesenunterschied. Eben solche Aktien wie Tesla sind gefragt, wie NIO sind gefragt. Nikola wurde auch gerne genommen. Und das Ganze schafft natürlich Probleme. Nicht nur die Optionen, sondern auch der Siegeszug der ETFs schafft Probleme bei Asset-Management, also Managern bei Vermögensverwaltern. Die haben jetzt rekordniedrige Gebühren inzwischen. Und die Gebühren werden weiter gesenkt, weil sie gar nicht anders können. Und das ist genau das Problem. Mehr als die Hälfte der befragten Vermögensverwalter sagen, ja, wir werden die Gebühren weiter senken. Das bringt natürlich einen gewissen Performance-Druck dann mit sich, weil man eben weniger an Gebühren einnehmen kann. Und was wird auch von diesen Retail-Tradern am liebsten gehandelt? Firmen mit einer schwachen Bilanz. Also mithin Firmen, die eigentlich schlecht aufgestellt sind. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen diesen Firmen mit schlechter Bilanz und Firmen mit starker Bilanz. Dann sieht man, dass in der Corona-Krise die Firmen mit schlechter Bilanz durchaus abgestraft wurden. Aber jetzt mit der Impfstoff-Hoffnung eben diese schwachen Firmen nach oben gezockt werden. Sichtbar im Russell 2000, der 30 Prozent über seinen 200-Tages-Durchschnitt handelt. Und wir sehen gleichzeitig, dass hier die Junk-Bond-Renditen von Tag zu Tag neue Allzeithiefs erreichen. Also die Anleger sagen sich, da ist das Risiko immer geringer. Wir haben jetzt einen Durchschnitt von 4,34 Prozent. Man ist also bereit, die Schulden von solchen schwachen, schwach bilanziell aufgestellten Unternehmen zu kaufen. Und schauen wir uns diese Schulden mal insgesamt an. Das ist die Verschuldung von US-Firmen. Und hier sehen wir, die liegt jetzt knapp über 7 Billionen Dollar. Überflüssig zu erwähnen, dass das ein Allzeitrekord ist. Also es geht hier zur Sache. Dann haben wir, um nach Europa zu kommen, Brexit. Wir haben da wieder mal eine unterschiedliche Meldungslage. Letzter Stand der Dinge ist, dass Bernier, der Chefunterhändler der EU, gesagt hat, ja, also wir müssen uns jetzt auf das Schlimmste vorbereiten. Wir sehen die Chancen auf einen Deal very slim. Also die sind nicht wirklich gut, sagt Bernier kurz zuvor. Hat der Brite Gove gesagt. Und das bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Die Briten sind immer ein bisschen optimistischer als die EU, was die Verhandlungen betrifft. Die hat gesagt, grundsätzlich haben wir uns geeinigt. Ja, grundsätzlich auf was geeinigt, dass man sich einigen will. Das ist die große Frage. Aber hier bemerkte zu Recht der Volkswirte Felbermayr vom Kieler Wirtschaftsinstitut oder vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ja, selbst wenn jetzt ein Brexit-Abkommen unterzeichnet wird, dann werden viele offene Fragen bleiben. Man kann das gar nicht in der Kürze hier abhandeln. Normalerweise dauern solche Verhandlungen Jahre, Jahre lang. Jetzt hat man ja viel Zeit verplempert und erst am Schluss ein bisschen ist man in Heckdecke verfallen. Dementsprechend sagt Felbermayr, also die Unsicherheit wird bleiben. Jetzt haben wir, um in Europa zu bleiben, aber das Thema zu wechseln, am Donnerstag glaube ich ja die EZB-Sitzung. Und wir sehen, dass jetzt die portugiesische zehnjährige Staatsanleihe das erste Mal unter die Marke von Null gefallen ist. Also negativ rentiert. Das ist großartig und dabei hat Portugal eine Verschuldung zum BIP von nur 137 Prozent. Das ist fast noch großartiger. Und noch großartiger ist, dass die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten ja sagen, wir müssen die Gastronomie schließen. Ja, bis 10. Januar möglicherweise werden andere Sachen dann auch geschlossen nach Weihnachten. Das ist ja noch in der Diskussion diese Woche wohl ein Treffen wieder zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten. Aber entscheidend ist, dass die Hilfen, die man da an die Gastro auszahlen will, dass die erst im Januar ausgezahlt werden. Und das bedeutet wahrscheinlich für viele Gastroportriebe, das kommt dann zu spät. Dann ist man platt, dann ist man pleite. Und das wird man nicht überlegen. In gewisser Weise überleben. In gewisser Weise ist das schon ein Skandal. Schauen wir mal, wie es an den Märkten weitergeht. Wir werden bald vielleicht sehen, naja, es wird noch ein bisschen dauern, was diese Vexins, was diese Impfungen an Dingen noch mit sich bringen. Werden wir vielleicht der erste am realen Objekt stattfindende Untersuchungen gesehen haben. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und da wird sich eben die Frage entscheiden, ob die Märkte zu optimistisch sind, was diese Vexins betrifft. Und ob der Spagat zwischen großartiger Zukunftserwartung und doch eher düsterer Gegenwart mit Lockdowns, mit weiteren Verschärfungen der Bestimmungen, ob dieser Spagat machbar ist, ob er dauerhaft ist, das wird die Zukunft dann zeigen. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend und sage Servus und Ciao. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend.